Hallo zusammen, heute habe ich eine Mail von Jean-Marie aus Belgien bekommen. Er meinte, kann man den Titel La Vie en Russe, den mal Edith Piaf gesungen hat, auf dem Keyboard spielen? Er hat eine verjazzte Version gehört, und zwar hat das der Richard Galliano gespielt auf einem Knopf-Akkadeon mit einem Jazz-Ensemble im Jahre 2008 auf einem Jazz-Festival. Ich habe mir das mal angehört und auch einen kurzen Ausschnitt in mein kleines Video eingeblendet. Dieser Titel eignet sich hervorragend für die Interpretation mit dem PA4X-Musikant. Da werden Tenorsaxophon eingesetzt, eine gemudete Trompete und natürlich ein Akkordeon. Hier meine Hörprobe La Vie en Russe. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018